Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Dieser Satz könnte über meinem Leben stehen. Ich bin Björn Hirsch und komme aus dem Ruhrgebiet. Dort bin ich im bürgerlichen Umfeld groß geworden, wir hatten eine kleine Eigentumswohnung. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater gelernter Dachdecker. Ein sehr einschneidendes Erlebnis war es dann irgendwann, als meine Eltern sich trennten. Das Wohlbehütete, das Zuhause sein, das war irgendwie weg, von jetzt auf gleich weggebrochen. Und ich spürte eine innere Leere und spürte auch, dass ich Halt suchte. Und es war schwierig, das zu finden. Nun bin ich in einem Milieu groß geworden, wo es Kirche eigentlich nicht gibt, wo Kirche nicht vorkommt und wo Menschen niemals auf die Idee kommen würden, bei der Kirche mal nachzufragen, ob es da vielleicht irgendeine Sinnperspektive gibt. Und so bin ich sehr schnell an eine Gruppe geraten, die mir im Nachhinein nicht gut getan hat. Ich bin an die rechte Szene gelangt und dort habe ich all das gefunden, was ich gesucht hatte. Menschen, die mir vertraut haben, die mir ein Zuhause gegeben haben, wo ich einen Rahmen hatte, irgendwie eine Orientierung durch die Ideologie, die dort verbreitet wurde. Und all das hat mir damals gut gefallen. Doch mit der Zeit habe ich das Ganze auch hinterfragt. Und ich habe mich gefragt, kann das das Leben sein, was ich führen möchte? Bin ich wirklich gegen diese ganzen Gruppen, gegen die man dort hetzt? Möchte ich wirklich ein Leben führen, was letztlich nicht Liebe, sondern Hass sieht? Ich habe dann Dinge hinterfragt und sehr schnell habe ich gemerkt, dass diese Freunde, von denen ich glaubte, sie werden an meiner Seite, ziemlich schnell wegbrachen. Und nicht nur das. Ich habe Verfolgung erlebt. Ich habe es erlebt, wie Leute mein Auto zerstört haben. Ich habe es erlebt, wie ich Drohbotschaften bekommen hatte, Todesnachrichten. Und es wurde mit der Zeit auch wirklich bedrohlich. Und ich habe versucht, aus dieser Szene auszusteigen. Es war nicht einfach, aber schließlich ist es mir gelungen. Zu dieser Zeit war es auch, dass ich in der 10. Klasse sitzen geblieben bin. Und auch im Wiederholungsjahr wurden meine schulischen Leistungen nicht besser. Und irgendwann stellte mich mein Klassenlehrer vor die Wahl, entweder verlässt du jetzt die Schule, denn ich war zudem ein sehr aufmüpfiges Kind zu dieser Zeit, oder du wirst ohne Schulabschluss diese Schule verlassen. Und ich willigte ein und ich sagte, okay, ich nehme diesen Schulabschluss und werde die Schule verlassen. Und damals wusste ich noch nicht, was ich eigentlich machen sollte. Ich bewahrte mich bei verschiedenen Firmen, doch meine Leistungen waren so schlecht, dass mich eigentlich keiner haben wollte. Eines Tages kam meine Mutter mit einem Zeitungsartikel und sie sagte, hier gibt es eine Schule, an der du dein Abitur nachmachen kannst. Und ich dachte, naja, nach Abitur ist mir gerade nicht. Denn eben erst hatte ich von meinem Klassenlehrer gesagt bekommen, dass ich höchstwahrscheinlich zu dumm wäre, um selbst Bauarbeiter zu werden. Es dauerte eine ganze Zeit, aber nach einigen Monaten dachte ich, ich versuche diesen Weg einmal und ich rief bei dieser Schule an. Als ich dort anrief, hieß es, dass die Anmeldefristen längst vorbei seien und dass es eigentlich keinen Sinn mehr hätte, sich zu bewerben. Ich legte auf, erzählte es meiner Mutter und sie sagte, lass uns nochmal anrufen, lass es uns nochmal versuchen. Denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also rief sie nochmal dort an und bat um ein Gespräch. Das hat dann auch stattgefunden und schließlich das Ende vom Lied war, dass ich dort angenommen wurde und mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg machen konnte. In dieser Zeit stellte ich mir immer mehr die Frage, was die Bestimmung für mein Leben sein sollte. Und immer mehr hatte ich mich erinnert an die Dinge, von denen ich auch ein Stück weit zumindest geprägt war. Meine Oma und meine Mutter hatten schon versucht, mich religiös ein wenig zu erziehen. Ich bin ganz normal zur Kommunion gegangen und auch zur Firmung, habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass Kirche nicht der richtige Ort für mich ist. Dass die Menschen, die dort sind, anders aussehen als ich, dass sie ganz andere Interessen haben, dass sie oft aus, zumindest augenscheinlich, heilen Familienwelten kommen. Und ich fühlte mich immer ein bisschen wie ein Aussätziger. Doch nun war ich abiturierend und ich konnte doch etwas vorweisen. Und ich entschied mich, auch nach mehreren Optionen, am Ende dann das Studium der Theologie aufzunehmen. Zunächst auf Lehramt, weil ich wusste, Lehrer werden in Nordrhein-Westfalen gesucht. Nach dem ersten Semester war es dann so, dass ich ein Praktikum machen musste in einer Gemeinde. Und da ich gar keine andere Gemeinde kannte als die, in die ich schon immer gegangen war, ging ich halt dorthin. Teil dieses Praktikums war es dann, zu dem Weltjugendtag zu fahren, der 2005 in Köln stattgefunden hatte. Ein Event, bei dem eine Million Menschen, vornehmlich junge Menschen, aus der ganzen Welt miteinander versammelt waren. Und dieses Ereignis, dieses Erlebnis, hat mich nachgängig geprägt. Nach dem Weltjugendtag fand dann eine Jüngerschaftsschule statt, zu der ich mich als Einziger aus der ganzen Gemeinde angemeldet hatte. Und obwohl die Fahrt dorthin weit war, 130 Kilometer, und obwohl die Kosten damals für mich als Student auch sehr hoch waren, 50 Euro pro Wochenende, habe ich daran teilgenommen und habe dort in Hadehausen, in einem Jugendhaus des Erzbistums Paderborn, meine Bekehrung erlebt. Ich saß damals an einem Sandkasten, schloss meine Augen, dachte über eine Frage nach und spürte auf einmal eine Berührung. Und ich spürte innerlich den Satz, ohne dass ich es akustisch wahrgenommen hatte, Björn, ab heute bin ich an deiner Seite. Und ich wusste sofort, das muss was mit Gott zu tun haben, das müsste Jesus sein, der dort gesprochen hat. Und mich durchströmte ein wohliges, warmes Gefühl, ein Gefühl von Angekommensein, von Geborgenheit, auch von tiefer Freude, das mich bis heute nicht mehr loslässt. Und ich habe verstanden, es war kein Zufall, dass ich dort an diesem Sandkasten saß, denn zuvor war mein Leben auf Sand gebaut und jetzt sollte es anders werden. Jetzt sollte ein Fundament aus Stein kommen, ein Fundament, was mich wirklich trägt. Keine Ideologie, die irgendwas verspricht, sondern wirklich ein Fundament für mein Leben. Ich entschied mich sofort, mein Lehramtsstudium aufzugeben, um noch mehr für Kirche arbeiten zu können und ging nach Paderborn, um dort zu studieren. Später machte ich ein Anerkennungsjahr, ging noch mal ein Jahr nach Ghana als Missionar auf Zeit, studierte dann noch Theologie und war dann endlich angekommen in Fulda, wo ich dann meine Ausbildung zum Pastoralreferenten absolvierte. In dieser Ausbildung wurde mir die Chance gegeben, die City-Pastoral Fulda zu gründen. Und hier war der Auftrag, Björn, du sollst Menschen erreichen, die mit Kirche nichts zu tun haben. Und ich dachte mir, wie toll, das sind genau diese Menschen, die ich damals in meinem Umfeld erlebt habe und die vielleicht auch auf die schiefe Bahn geraten sind, weil Kirche einfach nicht für sie da war. Und so schaute ich, sind es nicht besonders die jungen Menschen, die wir mit Kirche heute nicht mehr erreichen, die Menschen zwischen 14 und 30, 35, diejenigen, die vielleicht nur zur Konfirmation oder zur Firmung gehen, aber anschließend vielleicht mit Glück wiederkommen, wenn ihr eigenes Kind getauft wird oder wenn sie heiraten wollen. Und für genau diese Menschen wollte ich Kirche machen. Ich bot also Konzertfahrten an, Fahrten zu Groß-Events in Deutschland, um jungen Menschen zu zeigen, dass es auch noch eine andere Art von Kirche gibt. Und der ursprüngliche Plan war, mit einem kleinen Bulli zu fahren. Am Ende sind drei Konzertfahrten entstanden mit jeweils 50 Teilnehmern. Aus diesen Konzertfahrten heraus ist dann die Idee entstanden, warum holen wir nicht eigentlich diese Art von Kirche auch hier nach Fulda? Und warum tun wir das nicht in der Einheit der Christen? Und ich dachte, es ist wunderbar, wenn wir daran arbeiten, dass Christen zusammenstehen, um das gemeinsame Ziel zu verwirklichen, nämlich das Reich Gottes hier auf dieser Erde anbrechen zu lassen und jungen Menschen Orientierung zu geben. Wir begannen also mit einem kleinen Kernteam Keller. Acht Personen, die sich in einem Gewölbekeller in der Innenstadt getroffen haben, veranstalteten Visionstage, luden dazu die Gemeinden ein und hatten es in sehr kurzer Zeit geschafft, eine Gründungsparty zu veranstalten. Wir hatten uns als Verein gegründet, hatten uns ein Leitbild gegeben und sind dann in einer kleinen Halle hier in Fulda zu einer Gründungsparty zusammengekommen. Der Durchbruch kam dann 2017 mit dem ersten Base-Jugendgottesdienst hier in Fulda. Prognosen sagten so, 200, 300 Leute werden kommen und wenn ihr das schafft, dann habt ihr wirklich was geschafft. Denn das haben wir hier in Fulda noch nicht erlebt, aber tatsächlich waren an diesem Abend 1100 Personen vor diesem Club und es bildete sich eine Schlange von dem Eingang des Clubs bis zum Arbeitsamt. Und als ich diese Schlange damals sah, war ich wirklich innerlich berührt, denn ich hatte so viel geplant und wir alle hatten so viel miteinander geplant und organisiert. Das Entscheidende war aber nicht unsere Planung, sondern das Entscheidende war, dass Gott aufgehen lassen hat, was wir gesät hatten. Er war es letztlich, der die Herzen berührt hat und er war es letztlich, der die vielen, vielen Menschen, fast nur junge Menschen in diesen Club gebracht hatte. Ich ging dann nach dem Event zu meinen Mitarbeitern, zum Visionsteam und fragte dort, wollen wir wirklich diesen Schritt in die nächste Halle wagen? Denn damit ist auch verbunden, dass sich unsere Kosten nochmal verzweieinhalbfachen werden und dass wir nicht nur 70, sondern 150 Mitarbeiter brauchen. Und tatsächlich, wir gingen alle gemeinsam ins Gebet und jeder empfing, okay, geht diesen Schritt und macht weiter. Seitdem gibt es hier in Fulda diese Base-Jugendgottesdienste, die nach wie vor sehr gut angenommen werden. Um die 1200 Leute versammeln sich dort regelmäßig. Im Jahr 2019 kam dann nochmal ein weiterer Schritt. Ich war zu einem Gespräch mit unserem Bürgermeister eingeladen, einfach nur, weil ich mich einmal vorstellen wollte, als kirchlicher Mitarbeiter in der Stadt. Und er sagte, seid ihr nicht diejenigen, die immer diese großen Events Fenster veranstalten? Ich sagte, ja. Und er sagte, das Problem, was wir hier in Fulda haben, ist, dass wir zwar viele junge Menschen hier haben, dass wir aber letztlich diese jungen Menschen kaum im Stadtbild sehen. Sie sind nicht in der Innenstadt, sie gehen kaum zu Events und ehrlich gesagt, haben wir auch gar nicht viele Angebote für sie. Und er fragte mich, ob wir nicht die Bühne, die anlässlich des Stadtjubiläums aufgebaut war, vor dem Dom kostenlos nutzen wollten. Es war also eine Bühne von einer Firma, die ansonsten Stadientourneen mit Helene Fischer und Herbert Grönemeyer macht. Und ich sah diese Bühne auf Bildern und dachte mir, ein Traum geht in Erfüllung. Und auch hier wieder, ich hatte gebetet, dass wir irgendwann raus aus Hallen und Rhein mitten in die Gesellschaft kommen, mitten in die Innenstadt. Und ich wusste aber nicht, wie wir es machen sollten. Und letztlich war es das Gebet, was bewirkt hat, da bin ich sehr, sehr sicher, dass ich diese Begegnung mit dem Bürgermeister hatte und dass der uns dieses große Angebot gemacht hatte. Wir starteten also mit in die Vorbereitungen. Es war trotz dieses Angebots immer noch ein großer Aufwand, aber am Ende des Tages konnten wir mit diesem Event in der Öffentlichkeit von Fulda mit einem kirchlichen Event 13.500 Personen versammeln. Es geht hier gar nicht um Zahlen, es geht hier gar nicht darum, wie viele Menschen wir erreichen oder was wir noch alles für prestigeträchtige Sachen tun können, sondern es geht allein darum, und das ist ein Punkt für mich, der mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir Gott vertrauen können. Gott ist keiner, der ein Versprechen macht und dann einen Rückzieher macht. Man sagt so schön, wenn Gott bestellt, dann bezahlt er auch. Und genau das haben wir erlebt. Es ging gar nicht um die Summe. Brauchten wir am Anfang 8.000 Euro, das war gedeckt. Brauchten wir am Ende 60.000 Euro, das war gedeckt. Und hätten wir ein Projekt gemacht, was zwei Millionen gekostet hätte, ich bin sicher, auch das wäre gedeckt gewesen, wenn es denn in Gottes Sinn gewesen wäre. Und so ist es mir wichtig, dich zu ermutigen, nicht klein zu denken. Wir als Menschen sind häufig entmutigt. Wir denken, das kann doch nicht passieren. Kirche schafft es nicht, junge Menschen zu erreichen. Die Öffentlichkeit möchte uns meiden. Aber hör auf dich, hör auf dich selber. Hör darauf, was deine eigene Sendung ist. Wozu hat Gott dich berufen? Was ist deine spezielle Zielgruppe? Meine war es letztlich, die jungen Menschen zu erreichen, die mit Kirche von ihrem Lebensumfeld keinen Kontakt haben und keinen Zugang dazu finden. Aber was ist deine Geschichte? So möchte ich dich ermutigen, für dieses neue Jahr deiner eigenen Sendung zu folgen und mitten in diese Gesellschaft hineinzugehen, damit das Reich Gottes wachse. Was ist deine Stelle? caught two. Also hat drei Jahre So möchte ich dich eigentlich